New Air by Night. Was sagen wir dazu? Wir hatten ihn schon bei Tart. Super geil! Bei Night ist es nochmal viel schöner. New York ist einfach... New York ist einfach nur der Hammer. New York ist super geil. Ich bin total die schlechte Kameraführerin, glaube ich, nicht wackeln die ganze Zeit. Ja, man sieht das auch nicht so gut auf den Fotos. Glaub mir, da hinten wird das gleich heller. Guck dir das mal an, wie hell das da ist. Keine Panik, du. Oh Gott, wie sieht der Himmel aus? Der Himmel sieht voll krank aus irgendwie. Kann das sein? Das sieht voll aus wie Umweltverschmutzung. Ja. Ich glaube, diese Prato-Outlets sind voll gut mit den Taschen. Weißt du? Ja. Ja. Ja, aber da hinten wird das gleich heller. Da brauchst du gar keinen Nachtmodus mehr. Guck dir das mal an. Das ist ja jetzt schon so. Guck mal, der Himmel ist... Das sieht total krank aus. Der Himmel ist nahezu hell. Und da hinten wird der wieder voll dunkel. Tja, das sieht komisch aus, ne? Sieht aus wie ein Unwetter. Wie so ein ganz helles Grau sieht das aus. Als wenn gleich ein Sturm kommt. Meine Gastmutter meinte, sie hätte schon Angst, dass ein Tornado oder ein Hurricane kommt oder so bei dem Wetter. Weißt du? Die letzten Tage. Das war echt krass. Diese Temperaturunterschiede, gell? Ja. Und vor allem der Regen. Das war ja kein normaler Fizzlregen. Das war ja schon richtig heftig. Wir überholen die. Guck mal, wenn du in die Kamera guckst, siehst du da hinten nur Licht. Warte. Ja. Strahlt. Und der Himmel sieht echt einfach nur krank aus. Bank of America, dude! HIPPO-Schuh. Schuh. Schuh. Oh, wenn wir uns... Oh, wenn wir uns... Schuh. Scheiße. Okay, komm, 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 komm. Nee. Da hab ich mich schon total daran gewöhnt. Einfach immer laufen. Ja. Ich kann die Autos auch einfach immer fahren. Sobald frei ist, laufen. Also ich kann dir sagen, ich habe recherchiert. FedEx ist zu teuer für Pakete. Am besten USPS. Was ist zu teuer? FedEx. FedEx? Ja. Für Pakete ist zu teuer. Oh, Starbucks! Ich liebe Starbucks! Ich liebe Starbucks! Ich liebe Starbucks! Oh es ist grün! Huh. I love you too! Und weißt du noch? I love you beautiful eyes! Are you married? Oh ja, das war mit dem, der uns verarschen wollte, ey. Yess. Das hätte Maik gehört müssen. Ja, was hat er gesagt?